Herzlich Willkommen zu Warwick zu Track it Light auf diesem schönen, ja, Sörr hier, der leider wieder mal ein bisschen rumspackt, aber das ist mir jetzt auch egal, ist mir sowas von egal, ja, und glaube ich langsam, langsam liegt echt ein scheiß Flug auf dem Spiel, das Spiel ist zwar richtig geil, aber es liegt ein Flug drauf irgendwie, also ich weiß nicht, da habe ich wieder ein paar Parts aufgenommen, ne, falsches Format, sonst wäre richtig scheiße wie das aussehen, aber wir haben da eh nicht so viel geschafft, haben einfach nur das, das, ähm, ähm, Decke fertig gemacht, ein paar, also hier haben wir einen Meserator gebaut, wer es nicht weiß, wie es geht, der soll einfach hier seine Rezepte durchgucken, ähm, ja, also wir haben nicht wirklich viel gemacht eigentlich, wir waren nur kurz da hinten, haben noch irgendwie eine, eine Höhle gefunden, da unten haben wir jetzt auch eine Mining Turtle, halt, ich raste aus, wieso, 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 funktioniert das, Alter, und es ist hier gerade so hell bei mir im Zimmer, das heißt, es blendet alles mich, so, also, was machen wir denn jetzt Schönes, was machen wir jetzt Schönes, Ah, genau, wir waren, ähm, ähm, ich wollte anfangen eine Pumpe zu bauen, ähm, mit der wir dann, äh, ein bisschen Lava aus dem Lavasee rauspumpen können, damit wir ein, äh, Geothermal Generator Dingens machen können, dafür brauchen wir, aber, äh, Waterproof Pipes, und, Waterproof Pipes macht man mit Kaktusgrün, und dann haben wir hier ein bisschen Kaktus, so, ein bisschen Kaktus, wir sind ein paar andere auch gerade online, na, jetzt ist nur noch Finfin von, war noch Tutlus da, also, er left the game, ja, hab ich nicht mehr gesehen, ähm, und er left jetzt auch the game, ja, sehr schön, der wollte dem halt nur irgendwie kurz auf die Whitelist packen, weil er jetzt hier auch anfängt, anscheinend, äh, ja, so, nochmal schon mal ein paar Kaktusgrün, ähm, das heißt, ich könnte eigentlich mal anfangen, ein paar Pipes zu machen, so, wo haben wir denn, Cobblestone, mal gucken, wie viel wir überhaupt brauchen, ja, das sollte eigentlich reichen, das erste, ja, das sollte reichen, erstmal, ein paar davon, nehmen wir auch mal gleich mit, so, die packt man dann, so, umgegängig ist, genau, zack, und zack, jetzt haben wir hier Waterproof Pipe, ein paar Stück, und das gleiche brauchen wir noch mit, äh, mit, äh, Wunden, 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 da reicht aber eins, nö, was will ich hier platzen, ähm, mach ich das einfach mal kurz so, ist das eigentlich Messerade drin, ah ja, äh, ne, Quatsch, das ist ja nicht, Messerade, ich voll depp, so, hier haben wir Iron Dust, und tun wir auch einfach mal hier rein, gerade wird alles betrieben, von unseren schönen Watermills, wie ihr hier sehen könnt, und funktioniert eigentlich auch relativ gut, da bin ich überrascht, was das so viel Energie bringt, weil hier, seht ihr, der Generator hier, hat nichts zu machen, und die sind hier eigentlich auch alle voll, schau mal, wir haben das jetzt nämlich auch so gemacht, wir haben ja überall, äh, jetzt Kofferkäbel, da haben wir ein bisschen, oh, das ist natürlich jetzt auch fertig, mal wieder, das leckt, wir müssen irgendwie noch ein paar Einstellungen ändern, dann, gestern ging's, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass das jetzt, äh, irgendwie bei uns, am, am, am Abend, späten Abend, funktioniert das Internet immer besser, als in der Früh, so wie jetzt, ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass am Abend bei uns einfach keiner mehr online ist, er hat es dann fehlen, das war mal ein Fail, Junge, wie so viele Fails, die es hier schon in Tech-It-Light gab, so, 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 einfach nur, damit wir wieder ein bisschen was haben, Alter, jetzt muss die Sonne nicht bei mir gerade durchs Fenster so reinknallen, ich kann mein Bildschirm nicht heller stellen, so, ja, reicht das mal, jetzt gucken wir mal hier nicht was runter, Alter, ich seh echt gar nichts grad, da sieht ihr wahrscheinlich gerade besser als ich, Alter, ich seh echt nichts, ja, hier, geht aber schon ganz schön drasant nach unten, das ist auch noch Nacht, weil ich bin ja alleine, das heißt, wir können uns einfach mal hier pennenlegen, da, ähm, nein, es joint der ist schon wieder, nicht dagegen, aber, die würde ich gerade schlafen legen, äh, ja, breit, ist schon breit, naja egal werden wir schon überlegen überlegen das mache ich nicht mal verlieben so am 8 davon alter ich habe keinen platz mehr hilfe lefte gehen sehr schön das heißt ich habe mich jetzt echt mal hier kurz dafür dass der nicht genau im augenblick wieder kommt und da das schon ist wieder tag genau wo sind auch ein paar gesammelt da draußen so brennt einen zombie nicht nur einer da hinten ist auch noch einer das haben wir eigentlich in unserer trash pack hier drin so was das kommt da ein federn ja passt schon dann sind so 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 der ist fertig sehr schön dann dann haben wir den hier rein dann haben wir hier darf man ein paar ja jetzt stoppt es hier die energie da draußen nicht ausreichend nicht also nicht mehr ausreicht also jetzt haben wir wurden bot 5 kappels zum motto profite und wir haben die ganzen sache für eine pumpe ding ding dann dann noch ein bisschen gold das nervt wir haben wir haben ja noch ein paar worte mit geschenkt bekommt und das hier noch ganz 48 stück aber um die zu verlegen brauchen wir noch mal hin alter nervt das leckt alles wie scheiße man alter ich bin kurz davor die aufnahme kurz unsere zu unterbrechen ja ich glaube ich mache das kurz also sind es gleich wieder so das läuft jetzt zwar nicht besser weil ich nichts gefunden habe was ich schließen kann das heißt wir müssen jetzt einfach mal so durchspielen ich werde heute abend vielleicht noch mal was aufnehmen dann wird das alles ein bisschen besser funktionieren weil wie gesagt ja unser internet ist so scheiße eigentlich legt mich immer wieder auf wenn ich aufnehme so hier ist unsere kleine turtle von der ich euch schon erzählt habe aber der findet oh diamanten hat auch ein paar gefunden redstone eigentlich nur scheiße nikeleid brauchen wir nicht ähm so hier ist ja die riesige labersee den ihr wahrscheinlich schon kennen solltet und ähm hier setzen uns einfach mal die pumpe drauf irgendwo wo wir Platz finden da zum beispiel das brauchen wir das das packe ich da rein äh was packe ich da noch rein das da so genau hat der weh jetzt kommt jetzt so ein herziger zombie oder so schubst mich in die lava das wäre das wäre jetzt richtig lustig ne genau so so ja genau das das sollte ich machen so wie dieses chest ding fällt jetzt hier in die lava so brav ähm so bauen wir uns da einfach mal so ein bisschen rum und jetzt brauchen wir noch die torches eine kommt da hin da hin so und jetzt kommt der beschissene teil mit den pipes so 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 Und da füllt sich die schöne, die schöne, der schöne Tank hier auch schon. Mach mal gleich ein bisschen höher, größer. So. Ich seh hier grad echt nichts. Das ist echt beschissen. Das ist ein kleines Lavasee, machen wir mal zu. Das stärkt mich nämlich noch. So. Und jetzt, das dauert natürlich ein bisschen, bis ihr immer wieder neue Lover habt. Hier hat ihr wieder das angesaugt. Und dann füllt ihr hier langsam die ganze Tank-Säule. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen Lava. Das ist sehr schön. Ja, das Richtige haben wir aufgesammelt. Das ist doch sehr schön. Ich seh hier noch nicht mal dieses scheiß Turtle. Warte, ich muss den Bildschirm echt mal knicken. So. Ähm, ich hoffe, das reicht. Äh, nee, warte mal. Ich mach hier mal ein bisschen mehr Kohle noch ein. Tunnel 100 haben wir da immer so gemacht, ungefähr. Gucken wir mal, ob hier irgendwas Bescheides noch ist. Oh ja. Wir können. Gott, ich hasse es, wenn man... Nein. Nein. So. So. Dann haben wir hier alles noch mit. Auch wenn ich weiß, dass es Nykoleit ist, ja. Unnötigste Scheiß auf Erden. Gold kann man einigermaßen noch gebrauchen. Zwar auch nicht im Übermaßen, aber man kann es immerhin gebrauchen. Tubulus braucht, glaube ich, ein bisschen Nykoleit. Für seine Hütte. Hat ich... Scheiß... Monsterheber, weil... So, nehm ich das eigentlich alles weg. Die ganze... Turtle macht auch hier alles weg. Egal. Hier haben wir nochmal ein paar Dias. Oh. Hier war einige... Einige viele. So. Redstone braucht man nicht. Und hier ist auch schon wieder alles nächste Lava-Scheiß. God. Also hier ist auf jeden Fall viel rauszuholen. Ähm. Ja.